Einen würdevollen Abschied, das ist es, was man seinen Lieben im Todesfall bereiten will. Und doch ist die Auswahl des Bestattungsinstitutes in der Stunde der Trauer oft eine schwierige Aufgabe. Rudolf Reutner führt ein seit über 50 Jahren tätiges Familienunternehmen im oberösterreichischen Traun, das sich dank bester Organisation und umfassendem Service als sehr gute Adresse für die Ausrichtung von Begräbnissen positioniert hat. Ob eine kleine Bestattung im engsten Kreis oder eine Trauerfeier im großen Rahmen. Rudolf Reutner und seine Mitarbeiter kümmern sich um alle Formalitäten. Von der Gestaltung der Traueranzeige über die Grabpflege bis hin zu Sehbestattungen geben sie ihre Anliegen vertrauensvoll in die Hände der einfühlsamen Profis. Auf Wunsch können über den Firmenpartner Algo Danza auch persönliche Erinnerungsdiamanten gefertigt werden. So werden sie ihre Lieben niemals vergessen. Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.bestattung-reutner.at Begräbendte Ber badges